wenn ein schwann singt weigen die tiere hallo liebe leute liebe tiere liebe menschliche menschen und zwerge und nachthilfen kommt zu einem together mit wachilles ja hallo schon ja hallo oh der arme hase das musste sein das musste unbedingt sein sonst wäre aufgefressen worden ja was machen wir denn heute ja was wir heute machen ja wir machen ein together und ja wir leveln unsere jars zusammen auf level 100 und ja und wir haben schon die erste quest angenommen und beginnen auch schon mit dieser quest krass was machst du denn hier eigentlich du bist ja gar kein zwerg ja was ich hier mache was ich hier natürlich mache ich bin ja wegen dir hier weil du sonst den weg nicht findest du ja um das mal klarzustellen ne der hier der zu vorkus ak wie heißt er hier also der pipi hier ne das ist der profi hier und ich bin der noob darum stehe ich hier und er macht die ja und auch nur zum anfang an ich habe jetzt ich bin jetzt schon level 2 der nicht warum weil ich natürlich hier her laufen musste weil der faul ist zum her laufen und dass ich weiß wenn man hinkommt da bist du muss wieder profi gefragt werden oder der wannabe profi aber lassen wir das unter uns okay dafür hat ja der zwerg auch seine elfen ja die elfen die helfen er läuft mir schon die ganze zeit nur nach alles ja ich lass dich die arbeit tun ja gut das nur ich ich hau alles nur mit dem stab kaputt ja wir machen das alles mit account gewohne sachen obwohl wachilis kann ja nur bis 60 diese alle also gelten nur bis 60 und kann sie ja natürlich nicht stellen hoch waren auch ich habe mich verwechselt tut mir leid dann ist einfach einem anderen zwerg ich dachte du wärst du aber das bist doch nicht du ja wir nehmen die nächste quest dann das sieht man doch tatsächlich echt jetzt ja meine account gewohne sagen genau wie gehen als der 100 aber ich werde sie wahrscheinlich er bleibt sich auch abstellen bis der andere tut immer so herabgelassen hier ja weil er sonst nicht wie egal ja ja weil er sonst nicht schneller weiterkommt nicht schon ja bis dann 10 damit höher bin als der auch gut wo geht der andere denn hin wo gehst du hin töten hier ach so sind ja schon alle tot hier ist doch ach so kannst du noch mehr kill ich muss die idioten heilen hier ja die idioten wie du sie nennst ja allianz allianz nicht so meins aber zwerg ja oder nachtel ja hoffentlich allianz versichert hast du gehört zieh dir schuhe an ja als nachteil habe ich keine schuhe an komischerweise das ist das ist wie bei den trollen die sind doch auch immer schuhe los ja wo gehst du hin das macht jetzt keinen Sinn vorzugehen na hallo hübsche Frau was geht denn so ab mit dir wie soll ich denn ein Drink abgeben ach dann ist man so nett und die Antwort ist fort mit euch das ist nett haben wir schon gesagt dass es bei dir englisch und bei mir deutsch ist ich glaube nicht aber jetzt hast du es ja gemacht also wer es nicht mitbekommen hat was geht euch durch den Kopf ja ich gebe hier mal Quest ab jetzt habe ich hier aber Krieger Quest ne du hast Krieger Quest Krieger ich bin der Freddy Krieger Quest ich bin der Freddy Krieger ich bin der Freddy Krieger ich bin der Freddy Krieger ich bin ich ja ähm wir müssen das Fass jetzt äh ja das Fass keine Ahnung Taping ähm das teilt sich ja auf ne wenn ich eins nehme sollte es bei dir ja auch sein oder nein das muss man selber aufnehmen ach jetzt dachte ich hier so hör team mäßig ich hole jetzt das andere und dann sowas ne ja das würde ja auch keinen Sinn machen so hier ist ein Fessel mh lecker stark Pierre das ist das feinste so ähm das andere ist irgendwo weiter weg ne ja das ist ein Kilometer weit weg da muss man yeah wir sind die Hells Angels ja 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 wird von jemand anderem benutzt hi hatten wir das Thema nicht heute nein doch Nein! 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 Ach, ich dachte jetzt sagst du doch. Ja, okay doch. Nein! Ähm, wo wollen wir hin? Ach so, wir haben jetzt diese Artefakte hier noch aufsammeln. Ich hab schon eins gefunden! Ich hab eins gefunden! Mit dir hast du! Pst! Ich bin ja auch der Noob hier, ne? Das ist keine gerechte Ausrede. Ich wollte grad nur ein Schwein aufnehmen. Hätte ja sein können, dass es ein Artefakt gefressen hat. Ja, da war ich schneller. Ich hab jetzt nicht auf dieses Artefakt geschaut. Ja, 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 ja. Ich hab ein bisschen mehr was anderes gesehen, aber... Mich hat er nichts abgelenkt, aber... Gut, hast du einen Zwergenmädchen gesehen? Ein Mädel! Hätte ja die perfekte Größe! Ja, ich hab vorher eins gesehen. Hab dich zu dir sofort abgeblitzt. Oh! Das hast du doch selbst mitbekommen. Ja, fort mit euch! Ach so, die meiste. Die Shunk Might! Oh, hier hat's viele. Nee, komm jetzt nicht hierher! Ich hab schon alle! Ja, ja, dachte ich mir schon. Hast du grad gesehen. Ich hatte ja vor diesem Let's Play erwähnt, ne? Bei mir geht alles immer 10 Jahre länger. Ja, das stimmt. Da kann ich ihm, äh... Recht geben. So, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Aber ich bin hier schon ein bisschen weiter als du. Ach so, ich krieg den Sturmangriff ab Level 3. Für die Quest. Ja. Also du musstest wegen ne Quest machen. Jupp. Ich nicht, ich bin Druide. Ich bin nicht bei den Nachtelfen. Da gibt's keine Druiden in den Benzwerden. Ja, ausgestoßen von den Nachtelfen. Ja, ich bin... Ich bin verspannt von denen. Lust auf ein Glas? Ich glaube... Ich verrute mal sehr. Es liegt an den Käsefüßen. Ja, wahrscheinlich auch daran aber... Also wahrscheinlich hab ich zu viel Scheiße gebaut. Ja, das kann's auch immer sein. Weißt du, die, die, die... Jonah hier, ne? Diese, diese... Zwergin hier. Jonah. Die sagt, die sagt immer, bleibt sauber. Ich glaube, die hat eher dich gerochen. Aber da bin ich ja schon lange weg. Nee, du bist doch da drin. Ich seh das am Pünktchen. Jetzt schon. Ja, jetzt schon. Aber vorher nicht. So. Der Kriegelehrer will mich nicht... Ach so, ach so. Ich muss ja... Ich muss ja... Wo sind denn diese... Diese Dinger da? Ach so, hier draußen. Ich habe ja jetzt nur... Den Sturmangriff. So. Bam. Erledigt. Kaufe mir gleich Schuhe. Das sage ich dir jetzt. Jetzt... Jetzt schau... Ich kaufe mir Schuhe. Jetzt reißen wir mit dir. Aber... Sieht man dir bei... Äh... Die bei dir? Ach so, bei der... Ich bin barfuß unterwegs. Das sieht man förmlich da. Ja, ich meine... Ja, ich meine... Meine Käsefüße, ja. Ich meine... Wirst du meine Käsefüße riechen? Äh... Habe ich leider schon. Es muss sie nicht mehr. Ich habe jetzt Schuhe an. Tatsächlich. Ich dachte jetzt... Aber ohne Socken. Ohne Socken. Ich habe natürlich keine Ahnung mehr vor den... Vor den... Äh... Allianzlern. Ich hatte jetzt echt das Gefühl oder dachte... Es könnte wie bei den Trollen sein, die einfach nie... Schuhe anhaben, auch wenn sie welche anhaben. Klingt komisch dieser Basel. Ist ja wie bei den Tauren. Ist ja wie bei den Tauren. Die... Die Schuhe passen denen doch nicht. Aber sie können es trotzdem anziehen. Aber man sieht es nicht. Ja... Ich habe auch noch nie ein Pferd mit... Hallo? Ich muss hier gar nichts tun. Ich muss hier gar nichts tun. Ich meine... Bis ich... Bis ich überhaupt bei den Gegnern bin, hast du die eh schon von Weitem gekillt. Ja. Ich laufe einfach hinterher. Und nehme auf. Ja, das ist ein Vorteils-Range-DD. Was ist das? Was ist das? Erst etwas anvisieren. Ja, was ist das? Achilles? Beantwortet mir die Frage. Ich erkenne es nicht. Ich war mal... Ich war mal ein Wannabe-Pro, aber... Ich... 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 사랑 ist. Was... Ich... Was... Ich... 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 Și... Ich... если... oder du musst noch umstellen mit dem blut aufnehmen weil ich glaube so an ist es ja wir haben gut es könnte da bisher als quest ein bisschen problem sein also ich hab noch gar keins die 1 habe ich natürlich die wildschweine weil ich dir nicht hinterher gerannt bin und alles aufgenommen habe ja das ist halt leider so du musst halt ab und zu aufnehmen weil es gibt leider sammelquests ich bin nicht hundertprozentig von denen ein fan aber die sind die gibt es leider ich bin ja leider ich kann dich heilen wo bist du denn ich habe ich sehe dich das braune pünktchen auf der minimap habe ich jetzt die schweine 1 fehlt noch ich will den sturmangriff mehr machen ich fühle mich so warm drei gesegnet vor allem also ich bin jetzt mir nicht sicher ob ich jetzt mit du du jetzt auf dd oder tank das ist immer schneller drin also ja ok also wissen nicht schnell drehen von wie du stehst sondern hallo du hast schlimme gedanken und schiebst es mir ab weißt du was ich doch ich habe ich habe doch die quest von der von meinem anderen anfangsgebiet würden sie ja geliebt ach so er sowieso nicht dahin zurück wir könnten hier ja noch pokémon spiele dann das können wir aus der kampf ist fast gar ein pokémon du kannst ja einen kampf machen und ich suche noch den wolf den ich brauche ok mache ich dann mal obwohl 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 sie schnell sterben weil meine schon 25 sind der ist 1 alter streber du könntest ja auch wechseln kann man da eigentlich zu gucken zu gucken das weiß ich nicht kannst du mal du bist gar nicht wäre ich dachte jetzt nicht damit kommen ich weiß wo ich muss erst einsteigen los sei kein langsamer zwerg ja halt habt du mal so kurze beine ja guck kannst du zugucken ja ich glaube schon das ist so die tiere hier kovok gegen berghase ach ja stimmt ein ganz spannendes duell angriff schade dass man nicht lesen kann was es für ein angriff ist dann könnte ich live kommentieren ja könntest du mein moderator sein ja das war ein sehr spannender das war ein sehr spannender ein erweil ich meine stelle hätte ja meine plätze zu dem 25 ist dieses wechseln wenn man so ein episches sehen geht das ist ja nur eine über das habe ich ja was habe ich eigentlich der kasse du mal machen mach mal du ja komm ein da bist wo ist er jetzt da ist einer ich hab schon hallo ach so ich muss vom fahrzeug weg ja das musst du sag das kann ich gleich keine musik denn ein level 7er gegen level 1 sache alles und die attacke er wählt ihn an und das ding das macht schaden das will aber das war sie machen noch ein wechsel wir machen das spannende was war ich diesen der war wenn ich täusche in der kollektor edition könntest du dass ich den auch aufwarten ich guck mal kurz nach und dann wechsle ich noch zum letzten um so richtig spannung aufzubauen ich weiß hab ich denn nicht und er war euch den ich bekommen ihr habt doch nicht die kollektor edition gekauft habe ich nicht bekommen scheiß blizzard fiktor ja an dieser stelle wir lieben blizzard ja wir lieben blizzard über alles wir würden uns auch über blizzard live niederknien ich würde sagen wir gehen jetzt zurück geben die quest ab und dann ist dann auch schon bald mal zeit leider alles klar jetzt muss dann gehen wir zurück spielen Prügel ne Hallöchen! Ich sollte wahrscheinlich nicht so laut schreien, sonst wäre meine Nachbarn mich sonst an. Ja, grün werden. Es gibt da eine gewisse Nachbarin, ne? Ja. Eine ganz sehr besondere, aber das ist Privatsphäre. Genau, das ist unsere Schnecke, nicht. Ja, ich bleibe sauber. Ich weiß es jetzt inzwischen. Du bist nie sauber. Das meint sie in Ernst. Du bist nie sauber. Aber mir sagt sie das auch immer, auch wenn ich nach der FB bin, ja? Jetzt haust du schon wieder ab, oder wat? Ja, ich hau schon wieder ab. Junge, wat hab ich gesagt? Wat hab ich gesagt? Du bist mal Schade geworden, was? Wo bist du denn? Da! Komm, wir setzen uns hin und trinken Bierchen, wie sich das für Zwergen gehört. Du bist ja jetzt auch so. Ich bin eh kein Zwerg. Ja, du hast dich zu den Zwergen herabgelassen. Ja. Wie passend das Wort auch ist. So. Ich würde sagen, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Ich sag Tschüssikowski und du? Hallo? Auf Wiedergüks. Genau. Ja. Bis dann und Tschüssi. Bis dann und Tschüssi. Tschüssikowski. Tschüssi. 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 Der Krieg ist das Herzblut dieser Welt. Wir sind ihre Kinder. Und bald ihre Meisterin. Ein Feldzug der Unterwerfung ist unsere Bestimmung. Eine Flut aus Blut und Eisen wird sich über diese Welt ergießen. Und über alle anderen. Unser Bund ist eisern. Unser Wille unbeugsam. Wer soll uns die Stirn bieten? Unser Bund ist eisern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017